Musik Willkommen, meine Damen und Herren, ein herzliches Hallo zu einer denkwürdigen, weil letzten Late-Night-Sendung, die allerletzte Sendung. Heute willkommen zu unserem großartigen Master-Stay. Achso, das hast du gar nicht erwähnt. War doch nicht die letzte Sendung. Nein, das ist die letzte Sendung vor der Sommerpause und wir haben ja versprochen, im Zuge der Emanzipation präsentieren wir heute die Körperpracht des Mannes in seiner besten Form. Ja, können wir das vielleicht mal in Großaufnahme so wochenlang gezüchtet. Ihr müsst da glaube ich ein bisschen näher ran suchen, damit man das sieht. Richtig nah, komm. Noch näher, dass man wirklich Poren sieht. Die wollen, dass wir uns küssen. Das machen Männer nicht. Noch näher. Geht nicht. Egal. Jedenfalls haben wir einen sehr krassen Bart über die Monate. Ich habe mich heute Morgen rasiert. Wachsen lassen. Und das fühlt sich richtig gut an. Also man geht auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein morgens in die Bahn. Ja, total. Ich habe das Gefühl, die Leute kommen mich heute an. Nehmen mich auch viel eher wahr als früher. Bei dir. Ich muss sagen, ich habe mich richtig eklig gefühlt heute Morgen, als ich mich rasiert habe. Und dann diesen Mustache. Ich finde das Wort viel besser als Schnurrwort. Mustache. Ja. Das klingt so ein bisschen französisch. Wie Must Have. Must Have. Must Have und Must Have. Ja. Und es war mir schon ein bisschen unangenehm. Deshalb habe ich dann so, also ich saß eigentlich so in der U-Bahn heute. Ja. Aber so viel sieht man ja gar nicht. Also was würde das jetzt heißen? Du meinst von meinem Schnurrbart oder was? Ja, also der ist ja auch so hautfarben bei dir so. Der ist so ein bisschen getarnt. Das ist Camouflage. Camouflage Bart. Ja, ist nicht schlimm. Egal. Ich habe mein Bestes gegeben. Heute übrigens, also was ist heute? 19.7. Ja. 19.7. Natürlich. Das wird für alle Zeit der Must Have Day sein. Also jedes Mal am 19.7. Ein offizieller deutscher, nein was? Ein offizieller weltweiter Feiertag. Weltweit. Der Tag des Schnurrworts. Ja, und dann müsst ihr auch bitte in Zukunft bitte den Ehren und euch immer schön die Schnurre wachsen lassen. Wir haben heute eine fantastische Sendung. Neben unseren Schnurrbärten gibt es einiges zu sehen. Zu einem haben wir heute zu Gast. Onkel Fisch werden hier sein. Wahnsinn. Und performen. Ja, live und zwar. Und dann haben wir noch einen ganz geheimen Gast. Und den können wir jetzt auch schon direkt begrüßen. Wir werden ihn frühzeitig reinholen. Ja. Wir haben sehr viel zu zeigen. Und damit wir ein bisschen die Möglichkeit haben, ich möchte ihn kurz ankündigen. Ja, bitte. Ja, ich habe ja, als ich damals vor langer, langer Zeit bei Giga angefangen habe, wurde er mir zur Seite gestellt. Wir haben zusammen damals über zwei Jahre hinweg den PC-Bereich bei Giga Games gemacht. Dann haben sich unsere Wege getrennt. Aus einem ist ein erfolgreicher Star geworden. Und den anderen haben wir heute zu Gast. Was? Ja, ich wollte es noch umdrehen. Ich wollte es noch verhindern. Ich wollte uns ein Gastdiskumieren. Ich wollte noch mehr rumreißen. Aber als Klappdregen. Hier ist er. Hannes Appell, meine Damen und Herren. Applaus, Applaus, Applaus. Wie geht's? Hannes. Mensch, ich freu mich. Setz dich, bitte. Nimm Platz. Wahnsinn, dass du da bist. Du bist ja, man kriegt dich ja kaum. Aber es ist unglaublich schwer, mich ins Studio zu kriegen. Wir hatten ja George Lucas hier, Justin Timberlake und so. Ja, meine Agenten, du kennst das ja. Das Palastregime, das muss man erstmal durchkommen durch die ganze Bürokratie. Können wir mal zeigen? Hannes ist ja der größte Star Wars Fan aller Zeiten. Zeig doch mal bitte deinen Padawan-Zöpfchen. Ja, ich mein, wenn du jetzt machst, Touchday ist, eigentlich ist er hier Topday. Aua. Ja, wie ist das? Hast du nicht Lust, ihn hier zu lassen? Wir versteigern den dann? Im Himmels Willen. Was hat es denn damit aus? Ist das wirklich dein Padawan-Zöpfchen? So deine Hommage an die Wege getautet? Wann war denn das? Ich glaube, vor zwei Jahren war ich eine Wette verloren irgendwie. Du hast dich verdammt ärgeret, dass du die Wette verloren hast. Verdammt, da muss ich mir einen Star Wars Zock machen. Kennst du es nicht, wenn du die lange Haare wachsen lässt, dass du dann irgendwie, du investierst was? Das ist so wie dieses Gefühl, das gehört dir und du willst es nicht wieder loswerden. Also ich glaube, ihr werdet dich auch nicht mehr los. Mit meinem Bart kenne ich das jetzt. Aber ich finde es auch traurig, dass ihr mich nicht gewarnt habt. Ich hätte mich auch sechs Stunden mal nicht raniert. Ja, aber Hannes, wir haben dich ja schon vor einem halben Jahr eingeladen. Wie hättest du es schaffen sollen? Im Übrigen, ganz kurz, bevor wir uns gleich einem der Gründe widmen, und neben deiner Persönlichkeit, die ja auch ausreichend ist, weshalb du da bist, müssen wir noch mal kurz den Night of the Week abhandeln. Das ist ja natürlich der Must-Hedge. Ist ja ganz klar weltweit der Must-Hedge-Day. Und das hier ist also der Night of the Week. Da ist die zwei. Wo ist die vier? Drei. Ah, da ist die fünf. Sechs. Sieben. Da ist er auch schon drauf. Da ist er. So, und den, der kriegt natürlich deinen Ehrenplatz. Wenn du es ein bisschen mehr so hältst, du siehst so aus. Jetzt reicht es aber auch. So, der kriegt jetzt hier den Platz auf dem... Was war eigentlich das hier für den Night of the Week? Das war der Wasserfleck von den Gülchanz. Kennst du nicht die Gülchanz? Guck mal hier, der Marco Sieben. Ja, ja, ja. Mark Matlock. Oh, das sieht böse aus. Also, nur noch mal zu Erinnern, also der Schnurrbart ist heute unser Night of the Week. So, da ist er. Und wir haben natürlich auch die Top 5 dementsprechend heute ausgerechnet. Top 5, wir haben immer fünf Sachen, die wir in einer Rangliste präsentieren. Heute die Top 5 Schnurrbärte. Allerdings haben wir uns überlegt, wir machen das heute ein bisschen anders. Und zwar haben wir fünf Schnurrbärte ausgewählt. Und ihr hier alle im Studio müsst erraten, zu wem diese Schnurrbärte gehören. Ihr könnt auch reinrufen. Wir haben ja dieses Tuch geschickt bekommen, das könnte ja vielleicht funktionieren, wenn das nicht durchscheint. So, als Abdeckung. So, das geht auch hier mit. Also, ich darf auch mitraten, oder? Oder wie, oder was? Oder nicht? So, wir fangen... Ja, doch, du darfst klar. Natürlich darfst du mitraten. Du darfst mitraten. Hier, damit fangen wir an. Unser auf Platz 5, der Schnurrbärte. Das Studiopublikum kann bitte reinschreien durchaus. Wenn es jemand weiß. Addys Mutter. Ja, Addys Mutter, das war gleich das Erste. Die kommt aber auf Platz 3. Den Spruch habe ich so wenig gehört. Ja, ich meine, die Tolle verrät hinten ein bisschen, oder? Ja, es ist Obi-Wan. Ich habe schon gehört, Rudi. Wer hat es gesagt? Irgendwo hinten kam es, ne? Da. Ja, der Wahnsinn. Wahnsinn. Rudi Völler, vollkommen richtig. Auf Platz 5. Der berühmtesten Schnurrbärte aller Zeiten. Völlig zu Recht. Hat ein krasses Teil, oder? Und vor allen Dingen, was man ihm zugute halten muss, der ist wirklich konsequent im Schnurrbär durch die Welt gelaufen. Seit Jahren. Man kennt ihn damals noch 1972, als er bei Offenbach groß geworden ist. Da hat er schon eine Schnurrbärte gehabt. Und als Nationaltrainer... Da habe ich persönlich angefangen, Rudi Völlers Karriere zu verfolgen. Ja, du kommst da aus Offenbach, oder nicht? Lustig. Wie ist? Doch, lustig. Du hast mir erzählt, du sagst immer, du kommst aus Frankfurt, du bist aber eigentlich Offenbacher. Das ist so lustig. Ja, was soll ich sagen? Entschuldigung, dass ich das jetzt ausgeplaudert habe. Nicht, dass das irgendwie deine Fanbase ruiniert. Wir kommen zum nächsten Schnurrbär. Das ist aber nur eine kurze Zwischenfrage. Offenbach ist auch... Kennt ihr Vollassi... Vollassi Toni? Vollassi Toni, ja klar. Klatsch, klatsch, klatsch! Ja, ja, klar. Oh, so ein Zufall, du kennst Vollassi Toni. Hallo, das ist eine lokale Größe. Das wollte ich fragen, persönlich, oder? Kennst du ihn persönlich? Das ist jetzt ein unheimlich schweres Rätsel. Vielleicht lassen wir den Nils mal raten. Wieso habe ich dieses Tuch hier eigentlich dabei? Wir lassen einfach mal den Nils raten. Wer könnte das wohl sein? Dieser Schnurrbart. Das wäre unglaublich schwer, wenn man das Gesicht nicht sieht, aber vielleicht kommt mir trotzdem drauf. Du wählst aber auch immer die unbekanntesten Fotos von den jeweiligen Leuten, ne? Ja, höre ich da irgendwas aus dem Publikum, vielleicht? Rainer Kallmund höre ich da, ja. Rainer Kallmund, knapp, ja. Aber gleiche Liga. Noch jemand vielleicht? Ne? Er ist natürlich... Ja, wer hätte es nicht gedacht, man erkennt ihn sofort, Oliver Pocher. Oliver Pocher, ja. Ja, so. Dann haben wir... Du zeigst jedes Mal den, das ist so dumm von dir. Schnauze. Ist wirklich so. So. Das wird jetzt auch, so wie ich das zuhalte, unglaublich schwer. Und man kann es gar nicht erraten, weil ich ja den Kopf verdecke. Ja, wer könnte das denn sein? Steht doch schon auf dem Shirt, oder? Ja, höre ich da Wort, der Junge. Höre ich aus der Regie, Eddie Murphy, das ist falsch. Ja? Da hinten vielleicht nochmal ein Tipp. Hulk Hoden. Ich dachte, er ist der Innenminister oder so. Ja, Hulk Hoden, der unbekannte Bruder von Hulk Hogan, der sich durch ein prächtiges Gemächt auszeichnet. Man sieht, er macht Werbung für Nudeln. Die heißen übrigens... Ist es Hulk Hoden, ist es Tim Metz, der weiß es nicht. Steht auch, es gibt es tatsächlich. Macht da Werbung für. Ich hätte gar nicht gedacht, ich habe mir der Kochmütze gesehen und im Sturm habe ich gedacht, das ist Zacherl, aber es ist doch nur Hulk Hoden. So, wir müssen uns vereilen. Jetzt habe ich schon wieder gesehen, was es ist. Ich kann nicht mit raten. Das ist nicht so einfach hier mit der Konstruktion. Nee, das ist riesig, das ist alles nicht so leicht. Auch hier wieder, sehr schwer zu erraten, wem dieser Schnurrbart gehört, weil ich das Gesicht verdecke. Wem gehört dieser Schnurrbart? Ja, Publikum, da vorne die Dame, bitte, die so die Hand gehoben hat. Wer weiß es, viele sitzen jetzt zu Hause, ich wusste, die zeigen doch den Hitler. Aber das ist er nicht, das ist ein Vorgänger. Sehr richtig, Otto von Bismarck. Wahnsinn, unvergessen, deutsche Legende, viel getan fürs Vaterland. Da sieht man einfach, ein Schnurrbart regiert die Welt. Ja, also apropos Schnurrbart regiert die Welt, es gibt ja noch andere wichtige Schnurrbärte. Ja, also wir hätten da ja noch welche irgendwo rumliegen. Wir haben jetzt hier erstmal unseren Platz 1. Und das ist natürlich der König der Schnurrbärte. Noch nie in die Kamera gezeigt worden am heutigen Abend, meinen Namen und Herrn. Wirklich zum ersten Mal sieht man seinen Kinn. Kann man kaum drauf kommen. Wer weiß es, wer kennt es. Das sieht nach Porno aus irgendwie. Hier, Hannes. Ja, MacGyver ist es nicht. Was? Da hinten, irgendwie die Kameradeutel. Das ist, äh. Magnum, natürlich, da ist es. Wahnsinn, unglaublich. Es war verdammt schwer, ich weiß hier. Dalli, Dalli, alle mal aufstehen. Das war unser Top 5 zum, oh ja, das war der Ablaufplan. Egal.